Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Advanced Adventure. In der letzten Part bin ich hier in dieser Stadt stehen geblieben, wo es gewittert ist. Und ich dachte, ich schau mal ob hier unten irgendwas ist. Ich aktiviere am besten gleich meinen Schutz. Das funktioniert so ja eher nicht. Ach, Schutz habe ich da ganz oben hingetan. Genau. Okay, hier ist nix. Vielleicht kann man da unten durch, man weiß es nicht. Okay, hätte jetzt sein können. Es sah wirklich ein bisschen so aus. Naja, hier ist wirklich nix. Aber ich muss zugeben, dass der Hack, also die Overworld, echt gut designt ist. Also das muss ich euch sagen. Ich meinte ja, dass ich das hier noch, dass ich hier noch den Rest erkunde. Aber wie es aussieht ist hier gar nix mehr. Ich glaube ich habe jetzt noch nicht mehr... Denn dann ist das hier, glaube ich, nachdem ich hier noch nicht hier glaube ich noch so gut bin. das muss ich direkt mal testen das finde ich bei generation 5 echt gut gemacht dass man den schutz immer wieder neu aktivieren kann also was sich das dann fragt möchtest du den schutz noch mal aktivieren aber ich glaube das findet jeder ich frage mich ob mein vater ist ich mache mir langsam sorgen gucken ob hier oben was ist pokémon markt kann ich schon mal reingucken habe ich irgendwas übersehen okay das reicht ich meine lugia habe ich trotzdem nicht gefangen übertrank könnte ich mir zum spiel holen mache ich mal 24 nehme ich noch mal ein paar mit ich meine ich glaube kaum dass ich das geld noch groß brauche dann geht es hier lang kann ich mal auf die karte schauen habe ich überhaupt eine bekommen also ich wusste jetzt auch nicht dass ich irgendwas gesehen habe ich habe eigentlich es heute jeden angesprochen ok dann gucke ich da später nach was ist das kann man wieder mal nicht ansprechen okay ist das das ist doch normal normalerweise das von der zinnoberinsel ist das vielleicht sogar hier die zinnoberinsel also normalerweise was mache ich das könnte es aber sein na dann gut ich muss sagen deine es sind irgendwas irgendwas aber für dich ist jetzt alles vorbei du hast nicht das herz dazu mich umzulegen so werde also werde ich immer weiter vorankommen du bist zu weit schnöck und das will wird dein untergang sein das werden wir sehen ich bin natürlich mit dem falschen pokémon reingegangen es reicht leider nicht aber dafür jetzt kammer rupt der kann ich auf jeden fall kann hier einsetzen das dürfte dann nicht so viel ausrichten können wobei dann ist doch rihon warum macht er das keine ahnung da muss ich wieder mal auf tropios gehen ach ich habe ja ich habe doch jetzt erdbeben das habe ich ja völlig vergessen wobei das gegen pflanze drache eigentlich nichts wirklich ausrichten sollte können können sollte noch toll also noch tour thunderbolt reichschleiter hyper strahlt ist natürlich gut aber das abgangsbund nähe jetzt kommt wieder schiff und es reicht fast es reicht wirklich fast gigasauber und so macht er das man was mache ich eigentlich hat trotzdem gereicht du bist wirklich stark ich würde nicht weniger erwarten eigentlich ich habe nicht versucht zu gewinnen irgendwas ich muss jetzt meine wahre kraft freilassen ich verspreche dir das nächste mal wenn ich dich sehe werde ich dich äh auslöschen für immer und ich hätte fast vergessen dieses pokémon das vor dir liegt ist ein tyrann ich dachte du besiegst es bevor es dich und die ganze stadt mit sich mit sich nimmt oder untergehen lässt wir sehen uns später ja dann gehe ich noch mal kurz heilen am besten die arena werde ich wohl nach dem titankampf machen habe ich habe es eigentlich schon mal so gemacht ja ja habe ich eigentlich schon mal so gemacht geht es hier drüben eigentlich weiter ach ich hätte auf die karte gucken können habe ich jetzt aber vergessen na man der kugel gewesen oder jetzt was drin gestanden hätte fragen was das ist ich bin schwarz wahrscheinlich typ unlicht würde ich sagen schwarz lila ist schon so typ unlicht ich weiß ja jetzt nicht wieder besiegen ja müsste typ unlicht sein betreiben nicht man ich mache jetzt mal surfer hier sieht jetzt nicht ganz so viel ab was das mache ich denn ich habe anscheinend nicht so viel glück ja toll was willst du von mir mann ich hatte echt keine lust ich habe endlich alle acht tyrann pokémon besiegt jetzt ist das letzte was ich tun muss den letzten subordinaten also untergeordneten zu besiegen nachdem sollte ich zu professor eich gehen dass ich jetzt da auszusehen vor geflüchtet bin da jetzt natürlich nicht so toll ich hätte eigentlich gehofft dass es noch da liegt aber jetzt nicht was ist das jetzt denke ich sehe die nicht oder wie ist nur unlicht arena das lächer doch könnte ich mal pack verlernen das bringt sich wirklich extrem speed und ice beam die nächste nebel dann müsste flame wieder ausreichen habe es nicht gelesen ich bin einfach drin tangela da weg sich einfach mal was ich einmal schwertanz das muss jetzt echt nicht sein das sieht ja ziemlich wenig ab ich würde die ich werde hier im freiland nahe an die habe das liegen hier flammrad auf das wenn er massiv an das machen noch mal mache ich surfer auf das nice wir auf das wieso hatte ich das jetzt zwar nicht geplant aber noch mal genauso ist hier noch ein trainer das erinnert mich ein bisschen an die s arena pokémon also rot und blau extrem ist echt viel ab aber da richtig ist also soll sich extrem spieler wenn man nicht rennen kann es ist schon echt anstrengend hundemann jetzt noch die hier hallo dann mache ich crunch sehr blei oder keine ahnung da wechsle ich mal raus ach genau so geht es hat ja sowieso keine schwäche ich habe immer noch die animation ausfällt mir gerade ein oder aus besser gesagt jetzt sind sie dann ich glaube man geht zum arena leiter ja da gehe ich jetzt noch mal kurz jetzt ist die frage ob ich den arena leiter noch machen der folge nö dann mache ich den in der nächsten folge also das war es mit der folge und dann bis zum nächsten mal